wer dürfte einen eigenen text runterlegen so ich werde gleich reingelassen zum barbier meines vertrauens zum friseur und barbier meines vertrauens denn ich muss ja schön sein für morgen für samstag ja und mal gucken wie ich hinterher aussehe jetzt sehe ich so aus mal schauen was der mr barbier aus mir macht bin ich sehr gespannt bin ich sehr gespannt so kann das dann aussehen wenn er einen guten dienst gemacht hat der junge mann wie sehe ich aus meine freunde kann ich etwa so zum knossi gehen kann ich so sehe ich aus wie 56 nee oder ich sehe doch nicht aus wie 56 jetzt mal ehrlich oder nee wenn ihr wisstet wie ich rieche ich rieche als wollte ich jetzt noch in puff gehen cool oder dass das auch so gut aussehen kann wer hätte das gedacht ich kann so gut aussehen